Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will sich angesichts der internationalen Krisen voll auf diese Aufgabe konzentrieren und strebt keine erneute Kanzlerkandidatur an. Statt in einer Kanzlerkandidatur gebunden zu sein, wolle sie ihre Kraft voll ihrer aktuellen Aufgabe widmen. Das erklärte die grünen Politikerin vor wenigen Minuten in einem Interview des US-Fernsehsenders CNN am Rande des NATO-Gipfels in Washington. Untertitelung des ZDF, 2020